Diesel, was machst du da auf der anderen Seite? Bist du freiwillig gegangen? Ja, ich bin freiwillig rübergegangen, um da ein bisschen Feuer reinzubringen. Aber ich find keinen von euch. Ich find alle anderen, nur euch nicht. Und ich krieg hier immer nur von allen offen, sagt er. Nee. Diesel! Du blöde... Dölzens, das war auch immer ein, ne? Alter, da hat der Bängel echt 10 oder 11.0 und dann kann ihn keiner wieder beleben. Ey, echt? Naja. Na, ich wäre ja hinterhergesprungen, aber da kam einer die scheiß Treppe hoch, ey. Ja, und mit der G36 machst du ja nix weg. Den habe ich dann weggeschossen. Den habe ich weggeschossen. Den habe ich dann weggeschossen. Den fing das ja nicht geschissen. Wo ist Mucke? Naja. Ich war sogar noch im anderen Spiel drin. Ja, ich muss doch immer die Anwendung neu starten, Mädels. Ja, ich muss doch nicht mehr. Bist du jetzt vor Frust? Diese, vor Frust tust du essen, aber... Na, irgendwann muss ich essen. Ich muss alles aufessen. Ich muss essen während der Aufnahme. Bada, 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 bada. Der Leiter hat schon abgewogen. Oh, night operation. Ich habe noch nie während der Aufnahme gegessen. Sag mal, Diesel. Was stimmt denn mit dem Nächsten mal? Entgeil, Jungs. Geil. Innefresse. Ja, dann kannst du auch anmoderieren. Ich mach's nicht. Nee, dann moderierst du schnell an, Prinzessin. Komm. Das ist deine Anmoderation? Das ist ja ein bisschen billig, oder? Dann machen wir was anderes. Ladies and Gentlemen. Alter, das ist halt. ZDR ist proud to present. Let's play Battlefield 4, night operations, Waffenmeister, mit Dörli, Banne, Mucki, Schweiger, LiMC und mit mir. Hallo? Und mit zwei Gegner. Und Dölzen. Habe ich Dörli vergessen? Der ultimative Warrior. Dörli? Der ultimative Warrior, Dörli, Dölzen, ist in the house. Hallo, mein Führer. Die kamen, Mann, bloß ein Scheiß raussuchen, ne? Ich finde das auch so geil, wie er am anmoderiert hat. Ich habe noch nicht eingesehen. Ja, so, so, tonight, hello, mein Führer, tonight we play, Waffenmeister. Oh, da sind gegen, da, 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 da. Nächste Waffe. Ah, nein, Kappen. Oh, griff ein. Und zweiten Kill. Boots, neue Waffe. Geht los. Uh, uh, uh. Ah, uh, uh. Ach, super, sind auch nur zwei im Gegnerteam. Ach, nee. Ach, nee. Jetzt nicht will ich schon gesagt. Ja. Jo, mei. Mei. Aminato ist auch nachgejoint. Oh, jetzt kriegt er sich drin. Daniel Aminato? Ja, Mann. Ah, mit Nator. Mokka, übersetz mal Waffenmeister auf Englisch, bitte. Äh. Waffenmeister. 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 Was du malst, ist der Waffenmeister. Das ist was anderes. Das ist der. Der Mern. Waffenmeister. Schön, Waffenmeister. Wusstet ihr eigentlich, wenn ihr euren Dödel in Waffeleisen reinmacht, dann könnt ihr nächstes Fasching als Schnabeltier gehen. Wie oft bist du schon so gegangen, dann? Jetzt wisst ihr, wenn ihr Dödel in Waffeln macht, Junge, jedes Jahr. Wenn ihr als Schnabeltier geht. Ich gehe jedes Jahr als Badewalle. Lass mich voll laufen. Ich bin früher mal als Oma gegangen, Alter. Ja, man muss sich lieber begleiten. Brauchtest du gar nicht viel machen bei der Nase, aber. Hä? Oh. Nein, die, die, die. Das musst du gerade sagen mit so einer davorstehenden Stirn, Alter. Hallo, ich bin auch, ich bin Klingone. Ja, du bist ein bisschen rassistisch, was du da sagst. Du meinst, du klingst ohne, meinst du? Ja, nicht zwischen dem Panther, unser Abonnent. Ja, und links liegt auch noch einer. Ah, mit Nator. Hm, das ist... Aminator, Alter. Aber der ist Tor. Aminator. Aminator. See you later, Aminator, Junge. See you later, Aminator. Zeig dich. Saulu. Was ist das Köpfchen? Ob Mugger sich damals seine ersten Charme abradiert hat und auf den Kopf geklebt hat? Als Oma brauchst du das nicht. Wieso, Omas haben immer so einen buschigen Schnitt. Jetzt lass mal deine Oma aus dem Spiel, das ist nicht nett. Ne, meine Oma, schöne Haare. Mugger, wie lange hast du eigentlich noch vor, diese scheiß Battlefield zu bringen? Ach, bis... Jao. Also ich spiele das gerne, von mir aus, bis Battlefield 5 kommt. Oder Battlefield 6. Boah, bis Battlefield 4 6 spielen wie Battlefield 5. Battlefield 4, oder was? Was war denn das für eine Aussage? Schön, bis Battlefield 6, Battlefield 4 spielen. Entspannt. Klar. Was haltet ihr von den Gerüchten, was haltet ihr von den Gerüchten, dass Battlefield 5 im Erste-Welt-Krieg-Stil gehalten werden soll? Na, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist. Das könnte ja fast plausibel sein, weil... Solange sie nicht 20 Meter über den Boden hüpfen können und so, weil es ist mir egal. Na, wieso... Wieso könnte das plausibel sein? Das wurde von... Schweizer Gaming-Laden online wurde... Wurde das ja bloß so angeboten. In der Beschreibung, ob das jetzt stimmt oder so, weiß ja keiner. Erster Weltkrieg ist vielleicht schon ein bisschen zu alt, oder was? Was, der kriegt ja selber, oder wie? Ja, ne... Na, da gab's halt noch keine Technik. Also, wenn du da echt mit so einem alten Karabiner, mit acht Schürzen, mit so einem Thompson... Ahne, Thompson kam erst im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, was hatten die denn da, Alter? Mit Katschis, also, da geschossen, oder was? Die hatten Pfeil und Bogen. Mit Katschis, genau. Steine Schweine. Ja, genau. Die hatten die da schon, haben wir viel, Alter. Die sich damit ihre... Mit ihre Faustkeile zurechtgeschnitzt haben, da. Genau, mit ihrer Faustkeile, Alter. Ich weiß nicht, in welchem Zeitalter du gerade spielst, aber... Faustkeile, die gab's schon. Alter, der ist so fertig, der Tiki. Oh. Ne, ne, eigentlich ist es ja immer noch... Jetzt sind ja ganz viel, äh, wie heißt es, wie heißen die Dinger? Trench warfare, hier. Weiß. Weiß ich nicht. Schützengräben. Ich hab grad, ich hab grad unseren, unseren Abonnenten getebackt. Grabenkampf ist da doch. Ja, und dann wunderst du dich wieder, wenn du mir Dislikes gibst. Ja, das war echt häufig in letzter Zeit. Ja, wir wissen ja, von wem's kommt. Obwohl, der ist noch nicht der Schlimme. Den Schlimmeren find ich der, der abonniert und wieder deabonniert. Den find ich auch geil. Ja, ne, der immer wiederkehrende Abonnenten, ne? Ja, genau. Abonniert? Ne, ich dachte, ich hab die abonniert. Oh, ich hab da mal einen weggeschossen. Obwohl, jetzt wo du was sagst, da fällt mir ein Schema auf. Da könnte auch Dölly gewesen sein. Der hat auch so eine Dinger drauf. Ne. Ne. Vielleicht ist es ja auch so. Ne, du hast unseren Kanal ja nicht abonniert, ne? Ne, richtig. Ich guck auch unsere Videos nicht. Ich brauch nie Wohlen. Alter, geht er mir auf die Nüsse, Alter. Schmeiß den raus. Den will ich nicht als Abonnenten. Schmeiß den raus. Ich will den nicht. Ah. Ich muss so lange im Menü sitzen und warten, bis die Jungs irgendwas spielen und muss sein, da her joinen. Ja. Ja, manchmal hast du es halt. Wie geht das überhaupt? Obwohl, obwohl das Schlimme ist, das ist mein Problem, ne? Ich glaub, ich hab meine Liste. Hey, hey. Hm. Oh. Ja, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, ne? Da hat er mich da weggemacht, oh die blöde Momo. Tch. Weil, ich hab ne scheißen Hand. Aber ich war ja auch ein leichtes Ziel. Du bist immer ein leichtes Ziel. Das ist doch nicht. Das ist gleich warm. Guck mal, Dolly. Was lachst du eigentlich so schäbig? Du liegst da auf die Seite. Ey. Diesel. Wieso bist du auf der anderen Seite? Ich füllte ja früher auf, ey. Was, wie lange ich schon nichts gesagt hab, ey? Und euch sind das. Ich finde nicht einen von euch. Alle anderen finden dich nur euch. Ich ne, Gott, auf die Scheiße. Diesel. Ich krieg nicht einen von euch vor die Flinte. Ich dreh durch, ey. Du bist doch schon ein armes Schwein, ne? So ein bisschen, ne? Den, ne? Du. Alter, jetzt zieh weg der mich. Hör auf. Weil, der geht weg. Sag mal, wer hat den eigentlich eingeladen hier? Diesel? Mann. Du, ne? Wieso spielst du mit ihm in einem Team, Diesel? Ja, da muss ich hier mal ein bisschen, äh... Gute Freude. Ich kann keine Ahnung nennen. Ne, Gott. Da war auch diese Hände. Und dieser Mama's PS Vita, ne? Der geht mir auf den Sack. Und PS Vita? Und PS Vita? Haben wir keinen Umfeldscan? Alter, der wurde weggemacht. Der sitzt hinter der Treppe. Läuft da jetzt rum. Jawohl, YOLO, Mama, PS Vita. Knall ihm. Knall ihm. Ich will jetzt endlich mal von der Diesel. Der Diesel. Wer kommen könnte... Danach kommt eine Sniper, Dolly wird nicht besser. Ja, Sniper ist gut, dass ich kann. Ach ey, jetzt komm, jetzt will ich mir der Diesel wehgeholt. Black Mist. Herr, du... Kein Wunder, du so heißt. Black Mist. Das ist doch Black Mist. Was machst du doch auf der anderen Seite? Woh? Bist du freiggelegt? Ja, ich war mir die rübergegangen, um ein bisschen Feuer reinzubringen. Aber ich finde keinen von euch. Ich finde alle anderen nur euch nicht. Und ich kriege hier vor immer nur von allen offen, sagt er. Ne. Du blödes, du. Du warst. Das ist so ein miese Schwein, du. Der T-backt mich, du. Echt? Der hat mich getebackt. Ach, der Bernie Diesel hat mich getebackt. Entschuldigung, hier wird die Audioaufnahme unterbrochen. Gehen Freundschaften drauf hier. Ach, dieser Scheiß-Wichsfrosch. Mann, können wir jetzt mal bitte weiter mit den Waffen? Ach, nee. Oh, manne, du Zeug, du hast gewartet, ey. Oh, ja. Schimmelt da noch schön in der Ecke. Das glaube ich aber nicht, ey. Ich habe mich da kurz hingesetzt zum Ausruhen. Ich will den Weg weg hier. Der kommt wieder. Alter, das gibt es nicht, ne? Der mit seiner UMP. Alter, der hat schon 20 Kills, ne? Mit Nathor, ne? Hat er auch keine Freunde? Offensichtlich nicht, ne. Juhu, Black Misty. Boah, ja. Black Misty. Wann, Mann, war er hier? Wissen nicht. Und was hab ich da hier gesehen. Ah, Black Mist war hier. Diesel kriegt den... Ah! Alter, der geht mir auf den Sack, Alter. Was ist das für ein Blöd, Mann? Ich wusste, ich hab dich überhaupt nicht gesehen, da die... Ne, ich stand auch weiter hinten. So wie man das machen muss. Ah, Matt. Ah, der geht mir auf den Sack. Wie heißt er, fliegt leider raus aus meiner Freundschaftsliste und dir nachwegs auch warum. Hast du den überhaupt in deine Freundschaftsliste? Ja, ich hab den leider. Und der hat mich wieder weggeholt, Alter. Blöde Schwein, Alter. So ein dusseliges... Ah. 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 Ah, no, don't do it. Ah, no, don't do it. Ah, no, don't do it. Weil ich auch... Ich wollte erst auf dich schießen, hab ich den anderen genommen, ey. Ich will auch... Scheiße. Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße, Dülsens. Hast du auch gesagt gerade. Ich bin doch scheiße. So ein Klick muss dazu sagen, wenn noch jemand auf meine Freundschaftsliste will. Jetzt wisst ihr, warum hier keiner mehr reinkommt. Und hier fliegen auch einige Leute raus. Ja, also ich verfolge die Strategie schon sehr lange. Aber ich weiß nicht, durch wen haben Nathal jetzt eingetont. Sie kommt auf drei Wadoube-Ecke. Ja, bei ihm. Also ich hab keine Liste, der Ahmed heißt. Das ist mir schon mal klar. Bitte sei ja, Mann. Da geht er mir auf die Nüsse, Alter. Ja. Ja, jetzt sag ich nach der Aufnahme, weil ich jetzt gerade denke. Du meinst so ähnlich wie Twinscube? Der hat mich schon siebenmal, dieser Pisskopf, Alter. Was ist das, ein 14-jähriger Gür oder was? Man hat nichts anderes als Spiel oder was? Kann sein. Du weißt ja, wie das ist. Keine Eltern. Tag auf, Diesel. Damit hast du nicht gerechnet, war? Wie Twinscube? Ja, richtige Soldaten, die laufen, die liegen sich nicht hin. So wie bei Twinscube auf dem Kanal zu sehen. Schöne Grüße, Twinscube. Achso, das ist Mugger. Ich bin schon voll erschrocken. Ich hab gerade einen Mann, mein Hintermann hat dir dann gezeigt. Ja, ja, da war der... Dein Hintermann? Ach, Dilsens R. Echt? Iiiiih. Mein Hintermann, iiiiih. In die DZ, all der Diesel-Star-Soße. Dils, was war da los? Wo wolltest du denn hin? Wo hast du hingeschossen? Der wollte doch... Der wollte doch vorhin die Gruppe aufmischen, oder nicht? Ich hab's nicht gesehen. Das hab ich nicht... Ich hab's überhaupt nicht gesagt. Du setzt schon wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt. Du willst machen Arsch, weil du nichts zu sagen hast, ey. Echt? Ich hab mich kaputt. Ich hab mich kaputt. Diesel, was ist los? Alter, habt ihr alle nur noch Schwuppfüte, oder was? Hast du keine Lust? Habt ihr keine Lust, oder was? Da habe ich auch keine Lust drauf. Der schießt nur auf diese Scheiß. Ich schießt nur auf die Zwischengitter. Ich hab nur 160er Ping, was dir los? Es fehlen los, dass du dich durch. Schön durchprügeln, verreisen. Ja, vor allem, wie kann man so eine Scheiße im Dunkeln raussuchen, echt? Ich meine, dass es nur Scheiße ist, ist ja wirklich geil, ne? Geile Scheiße. Nee, gar nicht. Ist nicht geil, Mann, was redest du? So und dennoch im Dunkeln, Alter, gegen... Na, jetzt kommen ja ein paar Leute rein hier. Jetzt geht das ja mittlerweile. Damit man deinen Elend nicht sieht. Da siehst du deinen Elend auch nicht mehr. So. Gut. Au. Gut. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Gut. Ich hab da was fallen lassen, Diesel. Ich hab, bevor ich überhaupt schießen konnte, bin ich umgefallen. Weil ich so eine katzenartige Reflexe habe. Ja, oder ich und Ping, wie Scheiße. Ja, der Ping ist es. Na, Deli, endlich mal wieder eingeschaltet mit kaputtes Radio, herrlich. Ja, Junge, ja, kriegst du ihn, Junge. Oh ja, komm, nimm ihn. Au. Was hat denn? Ich bin ausgerutscht. Mal gesehen, ja. Du warst von zwei Seiten, die war hinter mir. Diesel sagt gar nichts mehr. Nee, ich komm zu nichts. Ich treff gar kein mehr. Ich komm hier zu nichts. Alter, der ist halt crazy drückbar, wie bei Sin Division. Ich wollte rüberkrieglappern über die Mauer hier. Alles klar, Mann. X, Mann, X. Das böse X. Die Schrotze hier ist echt nicht so gut. Die gefällt mir nicht. Die zweite, ne? Die ist für ein Arsch. Kommt hinter euch einer. Das war nur Diesel. Das war nur Diesel. Ach so, der Buki habe ich die Krieg, da war meine grampvolle Seite. Da musst du nachsetzen. Wenn du verwundet hast, musst du noch töten. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Grundsatz. Hinter dir, Dolly. Mensch, was hinter mir? Der ist ewig weit weg. Messert den doch. Messert den doch. Der ist immer noch da, Alter. Der ist ein blödes Kleinkind, Alter. Rein. Oh. Oh. Mama, kann ich noch eine halbe Stunde Battle-Beal spielen? Dann geh ich auch ins Bett. Alter, ich hätte den gerade gegen den Content-Mucke. Hättest du nicht. Hier ist Diesel. Mach den knapp. Sehr gut. Ja, hab ich. Hättest du nicht gewollt. Da hat man da eine Twitter-Mucke. Hättest du nicht gewollt. Das kann man sich nicht gewollt. Da interessiert er keinen. Amennato, Alter. Kein Leben in Berlin. Kein Leben der Typ. No life Mudi. Aber so sind alle, die Abonnenten. Ich muss mich besser undancystler der, der immer die Daumen nach unten drückt. Sprechen aus nach dem Video. Mudi ist Hater. da war diese zu weit weg für eine schrotze zu weit weg jetzt mal lassen können man den bräuchten das war der zweite war mein spezieller kumpel was oft der messer der muss mehr sagen naja also immer bewegen morgen weiter voll durchgelegt genau in mehr bewegen in mn nun wir wollen es weiter ich bin immer wie angespannt an der alle wer ist denn wer ist denn ganz oben? Ahmed Nato Ja, Diesel sauber Mit dieser scheiß Swagga, Alter Hau ab, ey Scheiße Scheiße, jetzt musst du einen Scheiß raussuchen Da musst du dich schon mehr Stunden dafür schlagen Ich krieg doch mehr als genug Geschläge hier Was hast du denn? Das hatte ich auch recht Jetzt hat er dieses dummes Arschloch, Alter, raus Hat er nicht, Mane? Nein, mich nicht Aber ich war hinter ihm, ich wollte ein Messer, ich wollte ein Runtermessern Kam nie ran Scheiße Ich hab schön aufgefressen Mit springen ging auch nicht mit Bunny Hop und so Ich kam nicht ran an ihn Diesel 1525, herzlichen Glückwunsch Na geht, wie er rausgeht, damit er keiner mehr sieht Oh, ist das billig Wieso, damit das keiner mehr sieht Ja Ja, ja, ja Der Pink war so Machst du am Wochenende auch wieder was, was deine Freunde nicht sehen darf? Oh Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge, macht's gut Erstmal Tschüss Raus hier, alter Dreckkacken Suchst nie wieder was, Diesel So